Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV, der Tag heute mit diesen Themen. Maria Müller für ihr langjähriges Engagement im Projekt Kulturpunkt Leben mit dem Toni-Russ-Preis ausgezeichnet, Stand-up-Paddling findet immer mehr Begeisterte und Clemens Groß präsentiert das Kachelmann-Wetter. Bereits zum 48. Mal ging am Montagabend die Toni-Russ-Preis-Verleihung im Festspielhaus in Bregenz über die Bühne. Im Mittelpunkt stand Maria Müller, welche für ihr Engagement beim Projekt Kulturpunkt Leben ausgezeichnet wurde. Alle Informationen dazu gibt's jetzt. Der Toni-Russ-Preis und Ring hat große Tradition in Vorarlberg. Seit mehr als 48 Jahren wird er Menschen überreicht, die sich durch ihr langjähriges berufliches und aber auch ehrenamtliches Engagement hervorheben. Die Freude, diesen Leuten eine gebührende Bühne zu geben, ist nach wie vor umgebrochen. Ja, ja, wir freuen uns, dass die Vollberger Nachrichten eine soziale Institution sind, vielleicht auch ein soziales Netzwerk sind, schon lange vor es soziale Netzwerke gab. Wir versuchen so ein bisschen der Kleb auch des Landes zu sein, das Land und die Gesellschaft zu informieren, zusammenzuhalten, zu unterhalten. Und mit dem Russ-Preis haben wir die Gelegenheit, herausragende Persönlichkeiten auszuzeichnen. Und das macht uns große Freude, weil private Initiative hat Tradition im Land. Und wir freuen uns, dieser privaten Initiative einmal im Jahr eine Bühne geben zu können. Mit Maria Müller wurde eine Person ausgezeichnet, die in Originalität, aber auch Bescheidenheit wohl nur schwer zu überbieten. Vielen herzlichen Dank und herzliche Gratulation. Danke. Danke sehr. Dankeschön. Maria Müller ist, glaube ich, eine sehr besondere Persönlichkeit, die die Jury ausgewählt hat, weil sie uns auch irgendwie auch den Fingerzeig gibt, da etwas auch über die Grenzen hinaus zu schauen in Gegenden dieser Erde, wo es vielleicht nicht so gut geht. Und sie hat sich ganz besonders um einige Themen gekümmert, die irgendwie in den Hintergrund geraten sind. AIDS-infizierte Kinder. Und das über 20, 26 Jahre hinweg. Und das kombiniert mit der Kultur. Das ist eine ganz besondere Idee. Kulturveranstaltungen im Lande, Kulturleben ist eine ihrer großen Initiativen, Kulturveranstaltungen zu machen, Benefizveranstaltungen zu machen, Spenden einzunehmen, die Künstler zu finden, eine Riesenarbeit dahinter und das Geld wieder einzusetzen für AIDS-infizierte Kinder vor allem. In Rumänien am Anfang, am Ende auch in Äthiopien. Ich halte das für eine ganz, ganz großartige Leistung, die uns auch zeigt, was möglich ist. Da muss man ihr gratulieren. Und ich glaube, wir können sagen, Frau Arleberg ist stolz auf eine derartige Persönlichkeit. Bescheiden, aber engagiert, zeigte sich Preisträgerin Maria Müller bei ihrer Dankesrede. Sich selbst aber, wie könnte es anders sein, in den Hintergrund stellte und der Hoffnung Ausdruck gab, dass diese Auszeichnung weitere Türen in ihrem sozialen Wirken öffnen werde. Ich erhoffe mir, dass sich die eine oder andere Tür öffnet, die mir bisher verschlossen geblieben ist und dass ich dem einen oder anderen damit übermitteln kann, dass es sich um eine seriöse Angelegenheit handelt. Wir alle sind zutiefst überzeugt, dass die Caritas, also besonders ihr Zweig, Kulturpunkt Leben, eine ganz, ganz wichtige Organisation ist und ich bin immer froh, wenn ich da mithelfen kann. Der im Juli dieses Jahres verstorbenen Ehegattin von Toni Russ wollte man ganz besondere Wertschätzung erteilen. So wurde der Preis einstimmig zum Toni und Rosa Russ Preis und Ring umgenannt und darf auch im nächsten Jahr wieder herausragendes Engagement rühmen. Soweit zur Toni und Rosa Russ Preisverleihung 2017. In unserem nächsten Beitrag präsentieren wir Ihnen eine neue Trendsportart und zwar das Stand-up-Pedaling. Bei Surfmax im Harder Binnenbecken am Bodensee kommen Sportbegeisterte voll auf ihre Kosten. Hier werden Stand-up-Pedaling, Windsurfen, Kanu und Kajak, SUP-Yoga sowie verschiedene Camps angeboten und lassen bei Jung und Alt keine Langeweile aufkommen. Dem Wasserspaß steht somit nichts mehr im Wege. Der Surfmax hat einerseits eine exklusive Lage, würde ich sagen, da. Ist super schön hier am Harder Binnenbecken. Großer Vorteil ist, wie gesagt, das ist ein Binnenbecken. Wir haben da eine überschaubare Größe. Das heißt, wenn wir Schulungen durchführen, haben wir alles im Überblick und wir sind da nicht den Wellen ausgesetzt wie draußen am See und dadurch ideale Bedienungen zum Windsurfen, Stand-up-Pedalen oder Kanu und Kajak fahren. Zu uns kommen Leute, die interessiert sind am Stand-up-Pedalen, die entweder ausleihen wollen, eine Tour machen wollen oder einen Kurs. Es kommen andererseits auch Leute, die in die Gastronomie wollen, die einfach eine Bierle trinken wollen oder auch ganz viele Familien haben wir da. Die schätzen das, dass sie da ganz gemütlich, ungezwungen am Strand unterliegen können und wenn sie wollen, können sie was konsumieren oder haben einfach die Infrastruktur da, die ganz wichtig ist. Neben den klassischen Wassersportarten wie Windsurfen, Kanu und Kajak fahren, findet der neue Trendsport Stand-up-Pedaling immer mehr Begeisterte. Aufrecht auf einem speziellen Surfboard mit einem Paddel wird so der Bodensee und seine angrenzenden Flüsse auf ganz neue Art und Weise erkundet. Wir haben viele Firmen und Vereine, die zu uns kommen, die gerne die Kombination Wassersport mit Gastronomie nützen wollen. Das heißt, es kann so ausschauen, da kommt eine Gruppe von 15 Leuten. Wir gehen gemeinsam aufs Wasser, lernen das Stand-up-Pedalen, machen anschließend eine super Tour am See raus und dann, wenn wir zurückkommen vom Wasser, erwartet ihr ein Barbecue, Getränke oder eine Bretteljause. Je nachdem, wie aufwendig das sein soll. Und das kommt sehr gut an bei unseren Kunden. Wer das Ganze mal ausprobieren möchte, der schaut am besten auf die Ländle TV Facebook-Seite. Wir verlosen diese Woche einige Gutscheine vom Surfmax. Und bei uns geht es nun weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Land leistet finanzielle Nachhilfe für Schulbildung. 20,7 Millionen Euro für 530 zusätzliche Lehrer. Start in die Lehre. Mit Anfang September haben hunderte Jugendliche ihre Ausbildung begonnen. Die VN stellt diese vor. Die Pflege in Vorarlberg kostet über 100 Millionen Euro. Alleine 97,5 davon werden für stationäre Pflege aufgewendet. Das war's von meiner Seite. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dann. Tschüss. Grüß euch. Ich habe da jetzt gerade beim Opel die schöne Aussicht geniessen im Christberg im Silbertal. Und wie das Wetter der nächste Tag ist, zeigen wir euch jetzt. Herzlich willkommen beim Ländle TV Wetter. Der Mittwoch bringt uns ein für einen wechselhaften Septembertag. Der Tag startet im ganzen Land schon mit zum Teil dichter Bewölkung. Besonders in den nördlichen Landesteilen ziehen vom Nordwesten her immer wieder Regenschauer durch. Richtung Bregenzerwald und Adelbergregion kann es dabei auch noch einmal kurz kräftiger regnen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 11 und 16 Grad. Tagsüber geht es dann wechselhaft weiter. Wobei im Laufe des Nachmittags vom Westen her, besonders im Rheintal, die freundlichen Abschnitte zunehmen und zeitweise sich dann auch die Sonne blicken lässt. Die Temperaturen steigen auf rund 17 bis 21 Grad. Auf dem Karhorn in rund 2416 Höhenmetern hat es am Nachmittag 5 Grad plus. Wechselhaft geht es dann auch noch am Donnerstag weiter. Der Donnerstag bringt uns zunächst einen Mix aus Sonnenschein und ein paar dichteren Wolkenfeldern mit durchziehenden Regenschauern. Die Temperaturen steigen auf rund 18 Grad. Im Laufe des Nachmittags bessert sich dann das Wetter und die sonnigen Anteile nehmen immer mehr zu. Am Freitag erwartet uns dann ein freundlicher Tag. Es wird wärmer mit Temperaturen um die 22 Grad am Nachmittag im Rheintal und dazu ist es überwiegend sonnig mit nur ein paar harmlosen Wolkenfeldern. Der Samstag bringt uns dann zunächst Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittags erreicht uns dann vom Nordwesten her eine Kaltfront und Regenschauer kommen auf. Die Temperaturen steigen vor der Kaltfront aber nochmals auf rund 20 Grad. Das war's vom Kachelmannwetter für LändleTV. Mehr bei Kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.